so hallo hallo leute ich möchte euch in dem video heute mal was erzählen was mir richtig richtig wichtig ist und zwar geht es darum dass ich immer wieder leute habt die jetzt die mohne kuschel du sagst die 125 co br aber in den online niederbots steht es anders leute die online niederbots sind voll von glitschern und hackern ich zeige euch das jetzt mal ein beispiel weil es mich einfach so aufregt dass viele leute das einfach nicht wissen das problem ist halt einfach dass auf den online niederbots alles draufsteht also du kannst dich einfach in eine wand reinglitschen und keine ahnung 500 runden drin machen also 500 runden drin machen und es wird immer noch hier angezeigt deswegen ist es wichtig dass ihr auf legit seiten nachguckt auf zombie legend zombie record ist mir egal was ihr davon benutzt aber nehmt was her was nicht die online niederbots sind denn die online niederbots die sind nicht richtig wenn ihr euch mal anguckt hier ich hab mal eisendrache nachgeguckt eisendrache solo und der höchste runde ist 200 aber die ganzen leute haben das gleiche level und 70 headshots das ist nicht möglich wir haben allein schon 600 700 gehabt wegen den hunden das geht nicht nur 70 shred shots zu haben oder ihr guckt euch eisendrache 2 player an was da halt los ist da haben wir runde 184 mit null revise drei player das geht nicht nicht mal von der zeit her da kommt dreimal so viele zusammen das geht einfach nicht weiß ich habe die was die gemacht haben und es gibt oder ich weiß nicht wie sie es gemacht haben es juckt mich auch nicht und ihr guckt euch eisendrache vier player 201 runden an das kann nicht wahr sein das geht einfach nicht das geht rein von der reset zeit her nicht das geht einfach von der connection nicht das geht grundsätzlich nicht ja und dann guckt ihr euch shadows of evil 2 player an 255 runden ist das maximum was ihr was die runden anzeige in dem spiel angibt und die leute haben 400 hier shadows of evil 4 player 400 kills oder dann auf pc 255 runden 48 kills und dann kommt der burner ich dachte ich spüre wie ich das gesehen habe auf die giant pc giant solo 1000 runden 124 kills ich weiß nicht was ich dazu noch sagen sollt ihr müsst ein bisschen mit sinn und verstand rangehen wenn wir jetzt zum beispiel sagen wir haben wir er dann ist es auch meistens so erkennt ihr die großen zombie youtuber die großen zombie spieler wir spielen das legit wir glitschen uns nicht irgendwo in der ecke rein die ganze leute auf dem leaderboard die nehmen sich eine hochofen waffe und stellt sich irgendwo in den invisible glitsch rein da wo die keine ahnung irgendwo in der luft hängen und die zombies die nicht schlagen können da verbringen die dann zehn stunden oder so oder die hacken sich hoch ich weiß nicht wie die das auf dem pc machen ich weiß auch nicht wie es auf ps4 machen ich möchte es auch gar nicht wissen aber doch so andere channels die hat keine ahnung wie viele glitsche so oder so zeigen machen die leute das nach und in den online leaderboards das ist einfach so drin deswegen gibt es so seiten online also zombie leaderboard seiten im internet die legit sind es geht einfach darum du musst du komplettes gameplay haben und dann gucken sich die leute das auch an dass du nicht irgendwo dich in der ecke verpackt hast und nicht gehittet werden kannst nein du musst wirklich deinen kompletten rekord komplett gespielt haben deswegen leute tut mir den gefallen und denkt ein bisschen nach weil wir leute erzählen mir oder rekord ist 200 plus und da ist ja ich so ja solo ist ein bisschen anders als koop ja ist doch das gleiche nein das ist nicht das gleiche da kommt offen zu viel zombies das müsste ich eigentlich gar nicht erklären oder ich habe so sachen ja 168 ist der br nicht 125 das geht von der zeit her eigentlich gar nicht das dürfte von der zeit nicht gehen außer man hat jetzt einen super mega strat die keine ahnung 80 sekunden per horte ist oder so nie gesagt leute glaubt nicht immer was auf den leaderboards steht denn die leaderboards sind richtig voll von spielern die das erheckt und erglitscht haben in dem sinne ein bisschen mehr nachdenken und wie gesagt nicht alles glauben ich wünsche auf jeden fall immer noch einen schönen tag und nimm dich so ein bisschen ernst also bis dann tschü 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 tschü